Eine Stadt ohne Geruch ist wie ein Mensch ohne Charakter Dieses Zitat des deutschen Philosophen Gernot Böhmer habe ich als Ausgangspunkt für die realisierte Arbeit herangezogen. Täglich geraten Menschen in ihrem Alltag vielmehr en passant in unterschiedlichste Geruchswolken, ohne sie aber selbst absichtlich zu suchen. Diese Konfrontation verschiedenster olfaktorischer Atmosphären ist eigentlich ein ständiger Begleiter, wenn man zum Beispiel durch eine Stadt flaniert. Dieses unsichtbare Aufeinandertreffen wird in vielen Fällen als völlig problemlos wahrgenommen und als friedvolle Koexistenz akzeptiert. Dieses mehr oder weniger transparente Konglomerat, das sich direkt auf die Wand installierte, ist eigentlich nur als eine indikatorische Ansammlung von Möglichkeiten konzipiert. In weiterer Folge kann mir die Arbeit als eine Art olfaktorische Identitätsfindung für einen bestimmten Ort, hier in Wien im Allgemeinen, gedacht sein. Die Arbeit soll aber auch nicht explizit als eine wissenschaftliche olfaktorische Landkarte zu lesen sein, wo ich einen bestimmten Geruch folgen bzw. ihn immer wieder an bestimmten Plätzen vorfinden kann. Es wird in dieser Arbeit eher zitathaft vorgegangen. Von daher kann es durchaus sein, dass beim Anreiben an der Wand zufällig ein vermeintlich zu erkennbarer Duft, wie zum Beispiel Pferdestall, entgegenströmt. Der elementarste Teil der Arbeit ist das Ergänzen bzw. das Vervollständigen der Arbeit durch Interaktion bzw. durch verbale Kommentare. Der Betrachter bzw. Riecher ist notwendig, um die Arbeit zu vervollständigen, indem er an der Wand reibt und riecht. Im selben Augenblick ist er aber auch der Zerstörer des Werkes. Nur mehr durch die Erinnerung an das eigene erfahrene Bild wird die Arbeit dann in Form von Sprache artikuliert. Die Sprache ist nach wie vor das beste Instrument für die Visualisierung bei nicht-visuellem Stimuli und gerade auch bei dieser Arbeit elementar, seine eigene olfaktorische Erfahrung zu rekonstruieren. Ein letzter wesentlicher Ansatz meiner künstlerischen Methode ist das Wahrnehmen des Hier und Jetzt, welches ganz stark an die Vergangenheit gekoppelt ist. Ich versuche mit meiner künstlerischen Arbeitsweise einen Indikator anzubieten, der formal eine durchaus objektive Rezeption zulässt, aber in der Metaebene der olfaktorischen Wahrnehmung sofort in ein extrem unterschiedliches subjektives Empfinden der Betrachter umschlägt. Das heißt, die Vorgabe ist im Allgemeinen objektiv erfahrbar und kann nur unter der Bedienung der Anwesenheit eines leiblichen Subjekts vor Ort wahrgenommen werden. Das heißt, die Vorgabe ist im Allgemeinen,